ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, ich bin einmal der Marcel, Dr. Grand Tourism 7 weiter. Wir haben hier das Menü buchen, alles, was mir hier gezeigt hat. Jetzt handelt es sich um eine legendär japanische Kategorie. Okay. Stream Vorgaben, wenn es zum grossen Leistung geht. Okay. Als der Toyota Aqua oder der Honda Fit ist es die ganze existierende Fahrzeugklasse aus der Autobahn. Okay. Der Makolus darf jetzt... Weissen, K-Cars sind praktisch und günstig. Ich sage die für die breite Masse. Aber einige von ihnen werden für die schönsten Dinge ihrer Handlung und ihre komplizierten Komponenten gesetzt. Okay. Okay. Da wären der Suzuki Cappuccino, der Diahashu Goppa Gupen und der Honda Beat und S660, um es nur einige zu nennen. Okay. Ich möchte, dass sie diese Autos in ihren Besitz bringen und an drei K-Car-Rennen teilnehmen. Schließen sie alle drei Rennen ab, dann gebe ich ihnen das Geschenk. Okay. Okay. Neuburg Nummer vier. Wie? 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 Oh. Verdeweich? Okay, ich glaube, wir gehen jetzt noch ein bisschen aufzuhauen. Nö. Ich glaube, wir gehen jetzt an. Ich glaube, wir gehen jetzt an. Wir gehen jetzt an. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 10. 10. 11. 12. 13. Wenn ich das... Na, warte, schnack schon. Und ein bisschen Anteil. Gewinnung. Ja, ich finde es gut zu sein. Das ist ein Springen internationaler Racingways. Okay. Okay. Danke schön. 14. Platz. 10. Platz. Oh, Mann. Das war's für heute. Ich habe die Zeit verplacht. Na, da verlutscht. Es läuft ja. So, elfte Platz. 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 Ich sehe da. So, elfte Platz. Wir wollen den Park nehmen. Die kommt in die Lämse, aber sie ist recht nicht. Der Park ist nicht mehr. Wir wollen den Park nehmen. Wir wollen den Park nehmen. Wir wollen den Park nehmen. Das war's, das war's, das war's. Ich bin so fast. Keep him. Keep him. Keep going. Was? Du drückst dich an, komm! Es gibt keine Power in uns gegen mich. Ich weiss doch. Ich weiss doch. Ich habe mich ganz gut durch das Gas gesehen. Hm! Ich heiter, sie kommt ja verloren. Ja! Jungen! Ich heiter! Wie immer die Sekunde. So, ich gebe ihm. Drück dich an, er kommt. Und gebe ihm. Gas geben, Gas geben, Gas geben! Drück das Gas! Hey! Wie versauft er, habe ich das Gefühl. Dritte Platz! Dritte Platz! Nein, jetzt geht nichts! Gib ihm! Gib Gas! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Gib ihm! Mette Lütsch! Das kann man sich. Boah, das ist jetzt ein bisschen. Komm, komm! Ich mein Gott nicht. 4 Sekunden. Aber dann! Komm, komm. Gib ihm! Komm, gib ihm! Komm, komm, komm! Drück nach vorne! Nein, das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Drück nach vorne. 3. Platz. 2. Platz. 20,6 km. Wenn wir gefahren sind. Ah, es gibt einen Stempel. Okay. Das nächste Rennen. 2. Platz. 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 3. Platz. Bremse. 4. Platz. 3. Platz und hier haben wir ihn gegeben gib ihm 12 12 Woll sieht gut aus Vornehmens schon den 10. Platz macht Platz hier 9. Platz haben wir ihn jetzt auch gerade überholt das ist ja Topspeed im Moment 3. Platz Ui sorry Platz für den 11. Platz ich hole immer noch 9. Platz ah da sind meine Kurven uieeeeeeeeeee auf der Fresse dringend das wird auch noch etwas Lachgs använd sein das ich was des Ne styra IN Und dann... ...dann... Ui... ...hau... ...kann ich... ...dann... 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 Da ist schon der Nächste Platz Da vorne sind sie Brems Brems Schade Hier haben wir den 8. Platz Jetzt haben wir den 6. Platz Oh, da können wir ihm voll gehen Schade 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 Noch ein bisschen gerutscht habe ich schon rumgekommen 6. Platz Ach Schade 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 Ja, was soll ich noch machen? Nichts sonst, aber es muss gelangen. Grün, ich weiß nicht, wo ist er da? Wo bist du? Da müsste ich doch sein. Fящ dense! Da vorne... Ah, bremss! Ei, nicht bremset für diesen Fass. Ei, schau doch wo du f44! Ich mach придум! Gib ihn mit dem �aal! Gib ihn! 2 하면서... Da vorne ist es Baugas, da hau ich es noch rum Oh, gib ihm das Ziel, gib ihm Oh, gib ihm, drück den Karate, komm Ich muss ja können Oh, da nicht zu machen, weg, verreiss da Können wir heute noch etwas wach gehen Und, ja, dritten Platz Und, Ziel, dritten Platz, nehmen wir auch gerne an Zwar ganz knappen dritten Platz gewesen, aber gleich Gibt 12800 Punkte, also Kreiz 15,9 km, da ist der zweite Stempfel Hockey Express Wei Zum nächsten Dritten Lernen Schiss Äh Oh, da ist jetzt Schlaggott verboten Oh, da ist jetzt Schlaggott verboten 3,2,1, los 3,2,1, los Rechzeiten Platz starten wir Schön, drei Das gibt ihm 15. Platz, haben wir jetzt schon Jetzt 찾ten 14, aber wir müssen noch gerade zahlen Nicht bremsen, nicht bremsen. Jetzt habe ich noch nicht geholfen. Und bremsen, schön. Schön rumgekommen. Es hat schöner gegangen, aber wir lösen es. Oh, nicht verspüren, ich gehe weg. Du musst den 10. Und endlich holen. Dein 10. Platz. Jetzt habe ich noch mal gesehen, schön gekriegt. Stab, er ist eine Begründung. Dann habe ich noch mal gesehen. Schell. Ich habe so am Randern vorgegangen. Schauen wir schön. Auf den Platz. Ditte Runde, merci. Und wir kommen auch zum 10. Platz. 9. Platz. Es ist ja sehr weisegefahren. Runde. Spät bremsen. Oh ja, da kommen wir... ...und gebe ich hin. Schau dich an oder komm. Der hat zwar nicht viel Pärs, aber vielleicht hilft es ja. Wir haben es wieder. 11. Platz. 10. Platz. Jawohl, dann haben wir wieder. 9. Platz. Hey! Ah! Ah! Dafür darf ich gleich noch mehr Gas geben. 9. Platz bleiben. Ah! Ich habe spät gebremst. Ich habe den anderen nachher gestreift. Ich glaube ich. Schön zu fahren. So kommt der Halle. Gib Gas. 7. Platz. 6. und 5. Ah, schön überhalten. Ich glaube ich habe niemand die Kurve gesehen. Das ist nicht so meine... Ah! Bremse! Ah! Oh, geht noch. 6. um die... Ah! Ah! Das ist ein klein seiner Sinne. Ah! Jawohl! 3. Platz! Äh 4. Platz, sorry. Verlucht! 3. Platz, ohne welche. Ja, ich mach dich eh! Es gibt noch eine Runde. Letzte Runde. Ein bisschen Lens, wir haben es nicht gesehen, kann man schon weiss. Schön für den zweiten Platz. Wo wir noch gehen. Hau. 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 Dritter Platz noch einmal. Aber es ist nicht gewangt. Für den Stempf. Gibt eine Riedsüßigkeit. Hau. 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 Hast die also eine Marke. Ok. Da noch Steufe 50 werde ich覺. Es gibt noch 116 Bands. Paras de. Ich denke ich bin erhielt das Video. Ich hoffe es hat dir gefallen damit mir easy. kindness hier НАGAL fireside. tschüss. zusammen